so meine lieben ich habe eine frage auf instagram bekommen zum thema seelische verschmelzung insbesondere bei borderline wie ist es eigentlich wenn ich eigentlich weiß dass die seelische verschmelzung bzw dieser gedanke dieser wunsch danach mir nicht gut tut ich es aber einfach nicht sein lassen kann weil mein wunsch danach so unendlich groß ist kannst du bitte mal etwas dazu sagen wie ich damit besser klar kommen kann und wie ich diesen wunsch endlich loswerden dazu mache ich an dieser stelle sehr gerne noch mal ein video und nehme das alles noch mal ganz genau auseinander wer mir eine frage stellen möchte kann mir gerne auf instagram schreiben oder an meine e mail adresse momentan ist meine rückmeldung meine beratung was das anbelangt noch kostenlos es ist aber so dass sich das wahrscheinlich ab juni juli ein wenig ändern wird genauer es kann ich dazu noch nicht sagen es wird aber wahrscheinlich so sein dass umfangreichere beratungen ja meine umfangreichere meinung zu irgendwelchen themen zu irgendwelchen e mails oder nachrichten in etwa 20 30 euro kosten wird denn ich investiere ja auch eine menge zeit und geld in dieses projekt und das sind natürlich dinge über die man sich auch gedanken macht zumal ich natürlich auch ein eigenes leben habe und selbst irgendwie über die runden kommen muss und deswegen wird wahrscheinlich ab juni juli eine umfangreichere beratung ja in etwa einen kleinen betrag von 20 30 euro kosten wer also meine meinung zu einem speziellen thema wissen möchte abonniert mich noch schnell auf instagram oder schreibt mir eine e mail und auch wenn ich es natürlich nicht garantieren kann versuche ich und ich denke das weiß jeder von dem ich auch schon auf nachrichten auf e mails umfangreich geantwortet habe versuche ich mein allerbestes dort eine rückmeldung zu geben in diesem video geht es aber um die frage wie gehe ich mit diesem ganzen kapitel der seelischen verschmelzung um insbesondere wenn mein bedürfnis so groß danach ist wenn ich es einfach nicht lassen kann zu dieser seelischen verschmelzung hin zu streben ja ich blende euch die frage hier noch einmal ein in jedem fall ist es natürlich so es ist die wahrheit dass ich immer und immer wieder empfehle sich vom gedanken der seelischen verschmelzung zu verabschieden insbesondere als mensch mit einer borderline persönlichkeit störung der natürlich auch per definition der diagnose kriterien angst vorm alleine sein hat und eben diese seelische massive verschmelzung mit anderen auch anstrebt dass diese seelische verschmelzung meiner persönlichen meinung nach meiner empfehlung nach alles andere als ja produktiv ist und alles andere als sinnvoll eigentlich auch ein ja falscher gedanke ist habe ich ja schon in vielen vielen videos hier ausführlich ausgeführt schaut euch dazu meine zahlreichen videos an zum thema borderline persönlichkeitsstörung und der wunsch nach verschmelzung richtig ist es aber natürlich dass niemand diesen gedanken aufgeben sollte einfach nur weil irgendein onkel auf youtube gesagt hat macht das nicht das ist nicht gut das ist ein falscher gedanke nein darum geht es nicht was ich versuche ist jedem zu vermitteln oder jedem tatsächlich auch den gedanklichen weg aufzuzeigen warum ich diese empfehlung abgebe ja es geht hier nicht um blinden gehorsam irgendeinem youtuber gegenüber sondern was ich versuche was meine intention ist es wirklich zu erklären warum dieser gedanke der seelischen verschmelzung nicht zielführend ist und warum man das besser sein lassen sollte und das zu verstehen ja also wirklich für sich zu begreifen und das wirklich gedanklich nachzuspielen und tatsächlich ja ich möchte einmal sagen aus der tiefe heraus innerlich zu begreifen logisch zu begreifen und auch wirklich dass das als eine ich sage mal als eine wahrheit richtig in einen absackt in einen reinsicker reinsickert das ist auch der schlüssel dazu sich von dieser seelischen verschmelzung zu verabschieden denn wir wollen ja eine sache immer nur deshalb weil wir eigentlich davon überzeugt sind und wenn dann irgendein anderer kommt und sagt nee diesen gedanken den du da hast das ist quatsch lass das mal besser sein das führt dich zu nichts ja dann werden wir eventuell sagen ist ja schön und gut ich nehme das zur kenntnis dass mir da einer gesagt hat dass das nicht gut ist aber eigentlich verstehe oder sehe ich den die begründung dafür noch immer nicht in der tiefe und deswegen will ich es ja eigentlich doch und dann wie ich es schon gesagt habe wollen wir es ja immer noch und somit können wir natürlich den gedanken oder den wunsch nach seelischer verschmelzung nicht loslassen das heißt also in der zusammenfassung auf den punkt gebracht wir müssen wirklich den gesamten gedankengang schritt für schritt abgehen warum das mit der seelischen verschmelzung besser zu unterlassen ist und nur wenn wir sagen ja ich sehe das auch so ja ich bin jetzt schritt für schritt diesen weg gegangen und ja ich komme zu dem selben schluss und ja es ist deswegen auch meine eigentliche meinung zu der ich selber stehe und die ich nicht einfach nur nachplappere weil irgendeiner ein therapeut oder ein youtuber oder sonst irgendwer das behauptet hat ja nur dann können wir davon loslassen deswegen in diesem video möchte ich meine argumentation noch einmal wirklich schritt für schritt mit euch abgehen und jeder kann sich dann am ende daraus ziehen was er möchte jeder kann seine eigenen schlüsse daraus ziehen und jeder kann dann für sich entscheiden was möchte er tun ja welches fazit wird er tief in sich heraus daraus ziehen deswegen meine lieben was hat es auf sich mit dem wunsch nach seelischer verschmelzung ja die seelische verschmelzung ja resultiert aus dem massiven wunsch nicht alleine sein zu wollen ja auch massiv vergesellschaftet mit der borderline persönlichkeitsstörung wir sehen hier die dazugehörigen kriterien ja menschen mit einer borderline störung wollen in 99,9 prozent der fälle absolut alles aber nicht alleine durchs leben gehen müssen nicht die seele sein wollen die alleine durch die unendlichen weiten des kalten und grausamen universums schwebt jetzt müssen wir uns aber die frage stellen warum möchte ich denn nicht alleine sein was ist denn so besonderes daran nicht alleine zu sein und was ist so schlecht oder negativ oder grausam daran alleine zu sein wir stellen es uns vor wir sitzen am frühstückstisch und frühstücken ja was ist schlechter daran alleine zu frühstücken und was ist besser daran wenn jemand anderes neben uns sitzt zu dem wir uns in gewisser weise seelisch verbunden fühlen ja ändert sich tatsächlich das frühstücken ändert sich die ja die struktur der welt ändert sich das universum dadurch dass da noch jemand neben uns setzt der uns bejaht der sagt hey ja du bist ein guter ja ich liebe dich wenn wir erst einmal ganz rational sind an unserem nutella brötchen ja ändert sich erst einmal gar nichts es ändert sich nichts dadurch zu zweit zu frühstücken oder alleine zu frühstücken das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere also scheint ja tatsächlich mit diesem wunsch nicht alleine zu sein noch mehr verknüpft zu sein wir müssen hier tiefer in uns herabtauchen und unsere tiefer liegenden motive erforschen warum möchte ich nicht alleine sein wenn die bloße gesellschaft eigentlich am welt ganzen an der struktur des lebens nichts ändert tatsächlich ist es so dass viele jetzt sagen naja wenn ich mit jemand anderem zusammen bin ja dann ist das leben halt ein bisschen lustiger dann ist es ja ein bisschen bunter dann ist es nicht so langweilig dann kann ich mich mit irgendwem unterhalten und so weiter und so fort aber das wird bei dem meisten nicht der hauptgrund sein insbesondere im jahr 2020 wo man die massivsten möglichkeiten hat sich auch alleine ein nettes leben zu machen es gibt so viele leute die sich freiwillig mit einem computerspiel alleine irgendwo hin hocken und nicht auf eine party gehen weil sie sagen das macht mir am meistens spaß ja das kann nicht der hauptgrund sein ich möchte auch wenn natürlich die gründe für jeden menschen individuell sind hier zwei gründe anbieten und jeder kann sich fragen ob das eventuell seine gründe sind ja jeder prüfe sich ob das was ich hier anbiete eventuell in resonanz mit einem selber steht oder eventuell sogar den kern der sache bei einem selber massiv trifft die eine sache ist die bejahung durch einen anderen ja dass durch die liebe dass jemand sagt ja ich liebe dich man sich in seinem kern bejaht fühlt und deswegen glaubt man hätte durch einen anderen eine existenzberechtigung dass man eigentlich einen tiefen massiven zweifel daran hat dass man selber eine existenzberechtigung hat dass man leben darf dass man gut und brav ein braver und liebenswerter junge oder mädchen ist das ist eine sache zu der habe ich schon viele viele videos gemacht ich verweise insbesondere da auf mein video zum thema koabhängiges syndrom mein neues konzept zur koabhängigkeit dass menschen eben sich ja abgelehnt entwertet fühlen von allem und jedem vielleicht als stellvertreter konflikt durch eine generalisierte ablehnungs erfahrung durch die eltern und da werden wahrscheinlich sehr viele borderline betroffen an dieser stelle auch sagen oh ja meine eltern haben mich massiv negiert als ich noch klein war und ich fühle mich eigentlich deswegen dauerhaft mein ganzes leben lang immer irgendwie angezweifelt von allem und ich zweifle mich auch selber an und tief in mir habe ich ein problem damit überhaupt keine ja zu glauben dass ich eigentlich nicht keine existenzberechtigung habe dass ich hier nicht sein sollte und weil ich das glaube hole ich mir immer und immer wieder in dem wunsch in beziehung zu treten in wunsch verschmelzung zu gehen von anderen die anhaltende bestätigung du bist es wert zu leben ja du darfst leben du darfst leben du darfst leben ja ich sage es noch mal dazu habe ich schon ausführliche videos gemacht wer dieses thema noch vertiefen möchte schaut sich dazu meine videos an in kurzfassung kann ich allerdings sagen dass das eine ja eine flickschuster lösung für dieses problem ist denn wer in sich selber ja ganz zerknirscht ist massive konflikte in sich selber hat also ein gefäß ist in dem unten ein loch ist und permanent lebensenergie unten heraus rieselt ja für den ist es natürlich eine flickschuster lösung in beziehung mit anderen zu treten um diese dazu zu verwenden wenn ich sogar zu missbrauchen ein sehr harter begriff aber ich möchte ihn an dieser stelle verwenden von oben immer wieder die bestätigung nachzufüllen doch du darfst leben man selber glaubt tief in sich ich darf eigentlich nicht leben und verliere deswegen nach unten hin wir sind ein löcheriges gefäß immer weiter an lebenskraft und als kompensationsmechanismus gehe ich in beziehung zu anderen und bettel förmlich darum bitte sag mir ich darf leben gib mir bestätigung durch liebe und zuwendung und dass du sagst du möchtest mit mehr zeit verbringen dass ich doch leben darf das ist ein sehr ja sehr instabiles konstrukt besser wäre es doch das loch in uns selber zu schließen sodass wir gar nicht immer selber an energie und an kraft verlieren und dann können wir auch alleine sein und dann können wir auch unser nutella brötchen beim frühstück alleine genießen noch einmal schaut euch dazu wenn dieses angebot das ich an euch mache ja diese argumentation die ich jetzt hier gegeben habe mit euch in massive resonanz tritt die dazugehörigen videos bitte unbedingt an das zweite angebot den zweiten vorschlag den ich an dieser stelle mache warum wir uns eine verschmelzung wünschen insbesondere wenn wir eine borderline-persönlichkeitsstörung leider haben wenn wir ja die bürde auferlegt bekommen haben von der existenz mit einer borderline-persönlichkeitsstörung uns durchs leben schlagen zu müssen ist dass viele betroffene den wunsch nach massiver sicherheit haben ja das ist ganz wichtig zu thematisieren viele haben im elternhaus an einer massiven unsicherheit gelebt ja ihre gesamte kindheit eventuell in unsicheren verhältnissen gelebt habe nicht von mama und papa konstant ein gefühl bekommen du bist geborgen du kannst dich auf uns verlassen ja wenn du nach hause kommst ist es ganz sicher dass du ein warmes essen bekommst es ist ganz sicher dass ich dich behüte zu bett bringe du bist hier sicher ja viele borderline betroffene haben ein ein konstantes gefühl von unsicherheit in ihrer kinder und jugend zeit gehabt was für viele auch der anstoß war überhaupt erst die borderline persönlichkeitsstörung zu entwickeln ja vielleicht haben sie sogar in akuten unsicherheitssituationen immer und immer wieder leben müssen weil die eltern ja instabil waren gewalttätig waren weil es eventuell sogar zum missbrauch kam weil man sich immer gefürchtet hat muss ich irgendwie mich dafür richtig präparieren um mich vor dem missbrauch zu schützen ja auch thema manipulatives verhalten manipulation die deswegen erworben wird um als kleines kind die umwelt so zu manipulieren zu präparieren dass man sich vor missbrauchserfahrungen zum beispiel missbrauch in jeglicher form schützen kann lange rede kurzer sinn viele betroffene haben in ihrer kinder und jugend zeit unsicherheit erlebt nicht die sicherheit jetzt ist es aber nun einmal so dass der mensch und insbesondere kleine kinder natürlich immer sich nach sicherheit sehnen das ist ganz normal und viele glauben natürlich auch als erwachsene einen gedankengang zu der zu einem gewissen teil natürlich richtig ist wenn sie alleine sind keine sicherheit zu haben nicht abgesichert zu sein in der großen weiten welt alleine im wald zu sein umringt von potenziellen wölfen die irgendwo ja in den tiefen des waldes lauern und der mensch ist natürlich ein herdenwesen das ist ganz richtig und jeder mensch braucht eine gewisse herde jeder mensch braucht eine familie leider haben borderline betroffene diese familie sehr häufig nicht gehabt übrigens auch einer der gründe warum ich diesen kanal mache denn ich möchte durchaus dass jeder weiß dass er hier einen gewissen sicheren hafen hat und ich wünsche mir auch dass unsere community für jeden eine familie darstellt in jedem fall möchte ich den vorschlag machen dass viele betroffene eventuell auch als erwachsene ein anhaltendes bedürfnis haben achtung provokante formulierung bildlich gesprochen jeder ziehe sich daraus wandelte sich das für ihn ab dass es ihm selber nützt ja dass es ihm etwas nützt ich erzähle das hier nicht aus einem selbstzweck heraus es soll einen nutzen für den einzelnen haben dass er eventuell in sich obwohl er erwachsen ist ein kleines kind hat dass sich immer noch nach der mutter brust sehend ja immer noch dadurch sehend ganz viel verantwortung abgeben zu können dass man gehegt und gepflegt wird von einer sicheren mutter ja oder eventuell von einem sicheren welt ganzen oder von einem sicheren beziehungspartner ja mein freund ist für mich da mein freund nimmt ganz viel lebensverantwortung ab in wahrheit habe ich ein kleines kind in mir dass sich immer noch nach der ja nach der sicheren nach der ernährenden warmen nuki brust der mutter sehend das ist zu einem stück weit sehr natürlich ja ich habe es noch mal gesagt jedes kind sehnt sich nach geborgenheit weil es ja auch darauf angewiesen ist natürlich kein zweijähriger füttert sich selber mit brei sowas haben wir in den seltensten fällen überhaupt gesehen aber wahrscheinlich wird niemand sehr kein zweijähriger sich sein essen selber zusammensuchen oder einkaufen gehen oder sich seinem brei selber kochen jeder braucht in gewisser weise eltern oder leute die einem da ein bisschen unter die arme greifen es ist aber ganz wichtig zu verstehen ja und da müssen wir jetzt wirklich mal einen punkt machen und das geht jetzt an dich als meinen erwachsenen zuschauer dass wir irgendwann für uns selber einstehen müssen und hier sind wir massiv im verschmelzungs gedanken dieser verschmelzungs gedanke hat für viele schicht und ergreifend die funktion zu vermeiden unser eigenes leben selbstständig zu führen mit beiden beinen im leben zu stehen ja und für uns selber einzustehen dass wir jetzt uns unser eigenen brei dass wir selber das essen ranholen dass wir selber einkaufen gehen dass wir selber am herd stehen und uns selber füttern hoffentlich doch mit etwas besserem als karottenbrei aber ich hoffe doch es ist klar worauf ich an dieser stelle hinaus möchte wir müssen anerkennen wir sind jetzt erwachsen und müssen deswegen auf eigenen beinen stehen es kann nicht sein dass wir alle verantwortung abgeben dass wir uns von einem menschen von einem partner mit dem wir eine verschmelzung wünschen dass unser eigentliches motiv ist unser eigenes leben gar nicht leben zu müssen dass wir dort einen stellvertreter haben der das alles für uns macht der uns die sicherheit gibt die wir eventuell nie gehabt haben das ist doch aber gerade weil wir diese sicherheit nie gehabt haben ein sehr brüchiges konzept eigentlich sollten wir doch gerade wissen dass wir für uns selber einstehen müssen ja warum machen wir dann aber etwas anderes ja wenn wenn du in deiner kinder und jugendzeit schon immer und immer wieder aufgezeigt bekommen hast wie wichtig es ist für sich selber einzustehen gerade weil mama und papa nicht für uns da waren wieso fahren wir dann erst recht die massive struktur ganz viel verantwortung an einen partner abzugeben weil wir verschmelzung wünschen weil er uns schützen soll weil eigentlich unser liebespartner die säugende brust sein soll da ist ein denkfehler ja das ist ganz wichtig und das ist auch ein massiver kern dessen warum wir diese verschmelzung wollen und es ist auch ein paradox beziehungsweise es ist einfach nicht ja es ist nicht konsistent es ist sehr schizophren ja ich weiß dass schizophren hier etwas anders ist aber umgangssprache ist sehr schizophren ja sehr gespalten sage ich mal denn viele betroffene nicht alle aber ich sage das jetzt nur einmal als anregung als bild sind ja auch welche die durchaus extrem und massiv auftreten als erwachsene ja die durchaus aus sich gelernt haben mit ellbogen vorzugehen die durchaus sich auch eine identität antrainiert haben die harte oder der harte hund zu sein gepierst tätowiert ja nichts gegen tätowierungen ich bin ja selbst tätowiert aber als sinnbild ich denke bildlich gesprochen weiß jeder was ich meine ja viele sind nach außen hin gerade menschen mit einer borderline persönlichkeitsstörung der harte oder die harte hündin und aber innerlich sitzt da immer noch ein kleines kind das sich nach einer nucki brust sehnt das versucht eigenverantwortung nicht übernehmen zu müssen das abzuschieben an andere ja und da kommen wir dann jetzt auch zu dem punkt wie kann ich denn diesen wunsch nach verschmelzung überwinden wir müssen uns jetzt wo ich schon den finger durchaus provokant doch in die wunde lege fragen okay wenn ich als erwachsener eigentlich ja schon mehr in identität eventuell angelegt habe ein harter hund zu sein ist es dann eigentlich wirklich das was ich will dass in mir immer noch so ein kleines nucki kind sitzt das ja nach der nach der brust von irgendjemandem schreit ist das eigentlich richtig möchte ich das ist das mein selbstbild dass ich vorbewusst dass ich unbewusst da in mir etwas habe dass die verantwortung ganz massiv an andere abgibt dass ich immer noch ich sage es mit absicht hart ein kleines schrei baby bin ja und viele werden an diesem punkt wahrscheinlich sagen wenn sie darüber reflektieren ja ich gebe zu da ist ein teil in mir der ganz viel verantwortung abgibt und der ganz unselbstständig ist und der ja eigentlich ganz klein noch ist ja der nicht für sich selber einsteht eigentlich als der erwachsene will ich das aber nicht das ist eigentlich nicht meine persönlichkeit die ich mir laufe vieler jahre selber aufgebaut habe im schweiße meiner wie er in viel in sehr viel eigenarbeit mit sehr viel fleiß und schweiß ja da möchte ich an dieser stelle darauf hinweisen und wenn du sagst dass ich dich mit diesem angebot abholen kann hast du die möglichkeit dir zu sagen okay dann mache ich diese sache die ich angefangen habe aber auch gründlich und sage jetzt einmal zu dem kleinen mädchen zu dem kleinen jungen in mir der danach schreit massiv verantwortung abzugeben und nicht auf eigenen beinen zu stehen der deswegen eine seelische verschmelzung sich wünscht weil er gerne möchte dass ein anderer für einen das eigene leben lebt was natürlich nicht geht denn jeder kann nur sein eigenes leben leben mit anderen ganz wichtig aber nicht durch andere das ist ein unterschied dann mache ich jetzt meine sache gut dann mache ich es aber auch gründlich was ich angefangen habe mir über jahrzehnte aufzubauen schließe ich jetzt ab und höre damit auf nach verschmelzung zu lächzen weil mir das nicht gerecht wird ja ich schaue in den spiegel und sage zu mir selber nein ich möchte das nicht ich bin jetzt der erwachsene ich möchte nicht das kleine kind sein dass verantwortung ein anderer abgibt insbesondere da ich sowieso weiß dass das ein sehr unsicheres konzept ist deswegen meine lieben ich sage es mal so ganz provokant werdet erwachsen wenn in euch noch ein kern ist der sehr unerwachsen ist der aber massiv am ruder sitzt der euch immer und immer wieder lenkt und steuert ja der immer wieder sich ins cockpit setzt und ihr eigentlich nur noch als erwachsene der co-pilot seid ja und da jemand anders für uns die reise plan dass das das baby das das kleine mädchen in uns das an die nucki brust will nein das wollen wir doch nicht wir sind der erwachsene heute im hier und jetzt im jahr 2020 und wir leben als erwachsene unser leben also mit dem kleinen kind von uns auf dem co piloten sitz als unser begleiter oder vielleicht doch nur als passagisier irgendwo die erinnerungen an früher ja unser kleines ich irgendwo im flugzeug aber bitte nicht auf dem piloten sitz das ist ganz wichtig versteht also dass der wunsch nach seelischer verschmelzung so dysfunktional er auch sowieso ist uns auch gar nicht würdig ist im hier und jetzt als erwachsene und dann wenn wir das aus der tiefe realisiert haben und verstanden haben das ist eigentlich etwas sehr unwürdiges was ich da mache und das ist eigentlich gar nicht das was ich trachte seit jahrzehnten mir aufzubauen dann werden wir diesen gedanken auch los lassen können ja aus einer tiefen verinnerlichung heraus und weil nicht einfach nur weil irgendjemand auf youtube oder irgendein psychologe uns das mal anempfohlen hat in diesem sinne meine lieben ich weiß dass es natürlich eventuell auch noch das ein oder andere den ein oder anderen grund mehr gibt seelische verschmelzung zu wollen aber diese zwei kernpunkte die ich hier genannt habe denke ich werden die allermeisten von euch abholen insbesondere ja wenn wir doch alle etwas gemeinsames haben nämlich das eigenschafts cluster einer borderline-persönlichkeitsstörung ich hoffe deswegen mit diesem video ein bisschen inspiriert zu haben weitergeholfen zu haben versucht diesen gedanken nachzuvollziehen und ich denke das wird euch doch innerlich ein bisschen weiterhelfen die ein oder andere blockade zu lösen wenn dir dieses video gefallen hat du mir bitte den gefallen gib einen daumen nach oben teile auch dieses video abonniere meinen kanal hier kommen immer und immer weiter solche videos von diesem schlag und ich habe auch schon eine riesige masse an videos die in diesem stil das thema borderline-persönlichkeitsstörung und im endeffekt ja einen ganzen blumenstrauß an weiterer existenzieller fragen behandelt also abonniere mich gerne gleich im abspann folgt mir auch auf instagram schreibt mir gegebenenfalls eine e mail wenn auch du eine frage hast heute soll es das gewesen sein ich wünsche dir und all deinen liebsten alles gute haltet die ohren steif und wir sehen uns beim nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal